Gute Vorbereitungszeit. Vorsicht im Doppel vor der Steilkurve, Vorsicht im Doppel, nicht springen. Die Strecke ist wieder frei. Die Strecke ist wieder frei. 15 Sekunden, die Strecke ist wieder frei. So, damit sind die fünf Minuten der Gruppe zwölf gestartet. Vorsicht im Doppel, ah nee, ist wieder frei. Und Vorsicht am Ende der Geraden, Vorsicht am Ende der Gerade, die Strecke ist wieder frei. Und bitte einmal Vorsicht im Vierer, Martin, im Vierer einmal. Nicht springen im Vierer. Immer noch Vorsicht im Vierer. Und jetzt ist die Strecke wieder frei. Es sind noch dreieinhalb Minuten Restfahrzeit im Vorlauf, Trainingslauf der Gruppe zwölf. Luki hinter dir. Und. Danke. Und nochmal Vorsicht am Ende der Geraden. Strecke ist frei. Aktuell die schnellste gefahrene Runde von Frank Heidenreich mit einer 36,808. Herr Runde des Bons zu Ende der Geraden. Und wieder frei. Und wieder frei. Das funktioniert nicht. Ihr müsst beim Überholen rechts oder links vorbei fahren. Das geht nicht. 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 Das geht nicht.